Krrrrrrrr! Krrrrrrrr! Barret, du bleibst hier! Hihihihahaha! Wenn du so zierst, kannst du den ganzen Tag schießen und nie treffen! Halt die Klappe! Ha ha! Hört auf rum zu spielen! Pass auf! Die Jenen! Halt aus! Hör zu! Du gehst zurück zum Dorf! Hörst du? Ja! Ich lass nicht los! Du kommst zurück! Alle warten auf dich! Eleanor und Marlen! Alle warten auf uns! Oh nein! Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen! Ich war eine Weile deprimiert! Aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggeworfen und mir ein Gewehr einsetzen lassen! Ich habe einen neuen Arm, um Rache an Shinra zu nehmen zu können, die alles wegnahm! Damals sagte der Arzt, dass noch ein Mann dieselbe Operation hatte wie ich! Aber bei ihm war das der linke Arm! Hm! Aber die Jenen hatte die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, das stimmt! Ihn hat Shinra auch betrogen! Er kämpft bestimmt mit uns! Das ist gegen Shinra! Wird mich nicht drauf verlassen! Äh... Muss mich bei die Jenen entschuldigen, bevor ich in Frieden ruhen kann! Und deshalb muss ich alleine gehen! Mach was du willst! Ist es das, was du hören wolltest? Ich kann dich nicht allein... Äh... Ich kann dich nicht allein lassen! Falls du wegen mir stirbst, kriege ich Albträume! Barret! Das ist nicht das Ende! Wolltest du dich... äh... Wolltest du nicht den Planeten retten? Herrje, tiefer! Das... äh... Das solltest du inzwischen wissen! Mir geht's auch nicht anders! Das ist einfacher zu verstehen! Klingt nach... dir, Barret! Also, so sieht's aus, Barret! Schätze, es werden... Barret, ich und... Schätze... Kann ich die Leiche begutachten? Nein... Moment... Hat Barret die Materia, die ich ihm gegeben habe? Ja, natürlich! Das könnte... Hallo! Ein neuer? Dann schmeiß'n runter! Tja, so ist das hier! Nö... Gibt's nix interessantes, meine Freunde! Mit denen kann man nicht reden! Kann ich die Leiche verarbeiten? Oh... Oh, scheiße! Ich bin noch nicht... Bandite... Jawohl! Oh nein! Windklinge wurde gestehen! Her damit! Windklinge erhalten! 257 Heilung 3 Wieso hält der uns wieder? Hm! Aber auch cool! Gegner der eine heilt! So! 199 P haben wir bekommen! Hier ist es still! So still! Die Leiche ist weg! Sieht aus, als könnten wir hier ein bisschen schlafen! Nö! Schlafen brauchen wir nicht! Hallo! Kann ich nicht mit euch reden oder so? Nö! Neu hier? Dann mach deine Aufwartung bei Mr. Codes! Hä? Schon wieder? Ihr seid aber förmlich weiter! Hä? Hol dir das, okay, vom Boss der Region! Wer ist der Boss? Du weißt nicht einmal das? Oh Mann! Du weißt nicht! Dann halt nicht! Arschgesicht! Oh! Und da die! Oh, die kann uns normal ankommen! Ich bin schon mal wütend! Oh! Ich bin zufrieden! 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 Da ist jemand tot! Oh nein, nicht schon wieder der Bandit. Ah, scheiße. Krachtarmband wurde gestohlen. Selbstzerstuhl. Bum. Puh, vorher ist er gestorben. So, halben wir erstmal den lieben Cloud. So, 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 so. Auf den wurde auch geschossen. Was da wohl hinter ist? Schauen wir mal. Aha. Hallo. Hey. Mann, der Boss war heute echt nicht gut drauf. Oder war es einer seiner besseren Tage? Das habe ich nicht verstanden. Ach. Kacke. Matra-Zauber und... Matra-Zauber und... Oh, jetzt ist die Matra. Barriere. Todesklaube. Todesklaube. Keine Schwäche. Todesklaube. Todesklaube. Und dann möchte ich bitte wissen, was... Todesklaube ist. Etwas könnte ich hätte. Keine W Series. T χ, das soll ich jetzt flagship sein lassen. mal anrufen... so 284 kriegen wir... wir können hier bestimmt nicht... oh doch what the fuck is it landwurm-analyse... landwurm... erdbeben... analysieren wir dich erst mal landwurm-level 22 1500 mp schwach gegenüber kält... kält... landwurm-analyse... landwurm-analyse... landwurm... landwurm-analyse... 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 Was ist denn jetzt los? Oh nein, nein, nein. Kaktus. Ah, okay. Ein? Wow, kriegen aber ganz schön viel Geld. Na toll. Wie kommen wir jetzt hier raus? So ein Scheiß. Ah, nicht du wieder. Hallen wir uns erst mal. Meteor-Riemen. Ah. Komm, wir müssen doch irgendwie hier rauskommen. Ai, 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 ai. Ja, wieder der Sandwurm. Hallo. Feier 2. Heilung 2. Und Eis 2. Ja. 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 Neue. Geier 3. Ja. 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 Ich hasse solche Sachen. Ich hasse das. Hm? Hm? Was zu... Das kenne ich doch. Willst du mitfahren? Ja. Ich will hier weg. Puh. Danke schön. Danke, 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 danke. Ich wollte gerade speichern sagen, aber... Na ja. Schaffen wir das noch? Zum Speichelpunkt zu gelangen? Ja oder nein? Ich denke mal nicht. Bäm! Heilung 3. Alles klar, Leute, ich schneide hier bis gleich bei Final Fantasy 7.